Guten Tag, meine lieben Vierboots. Was geht ab, meine kleinen Süßen? Willkommen zurück zu Gail, Exilia, Gedöns, Demonic Chaos, Ignis Crush. Hi! Wir haben direkt zu Beginn einen wundervollen Dialog zwischen Jude und Mila über unterschiedliche Wege. Let's go! Erzählt mir was über unterschiedliche Wege. Ich hoffe, Elise nicht zu schlussend. Sie hat Rowan in der Salle mit ihr. Du musst nicht aufhören. Ich wundere, was Alvins nächster Job wird. Ich hoffe, es ist nicht etwas zu gefährlich. Er würde nicht lange als Mercenary dauern, wenn du gefährliche Arbeit schlussst. Du bist wirklich ein Wundervoller, nicht wahr? Das ist nicht so. Ich wünsche, dass wir alle zusammenbleiben hätten. Das war inwesendlich. Wir haben alle unterschiedliche Wege. Aufmerksamkeit. Wir werden sie alle wieder sehen. Ja. Oh Mann. Ja, wir sind ja jetzt alleine, wie ihr schon mitbekommen habt. Wir sind jetzt komplett alleine noch zu zweit. Wie, als hätte das Spiel jetzt angefangen. Wer weiß, vielleicht ist das ja auch so, mehr oder weniger ein Zwischen, nicht Zwischenstopp, sondern so ein, wie soll ich das sagen? So ein, ja, wie so ein Reboot, sag ich mal, im Spiel. Ja, ähm, das so ein bisschen so die Mitte des Spiels symbolisieren sollte, ja. Wir waren jetzt so ganz oben, sag ich mal, ja. Wir waren so gut wie an unserem Ziel und haben festgestellt, yo, wir haben es eigentlich nicht drauf. Wir müssen sozusagen ein paar Schritte zurückgehen, um jetzt erneut Anlauf zu holen. Und ich glaube, gerade sind wir dabei, die paar Schritte zurückzugehen. Um halt irgendwann demnächst... War ich schon mal hier? Hier war ich doch schon mal. Hier war ich doch schon mal. Ja, genau, hier war ich schon, glaub ich. Weil, wo muss ich denn jetzt überhaupt lang? Begib dich vom Sabstra�-Seehafen nach Leronde. Wieso bin ich dann hier? Ich kann auch nicht... Oh, ich kann auch keine Schnellreise benutzen. Oh, was ist das denn? Wie ging das denn nochmal dahin? Da oben ist es, der Seehafen. Okay. Oh man, ich kann gar keine Schnellreise benutzen. Das ist ja doof. Hier stand damals hier der, 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 der jetzt, ne? Die Absperrung stand hier. Oh lol, die können mich gar nicht bekommen, wenn ich treffere. Hier war damals die Absperrung, hier konnte ich damals nicht durch und musste den Umweg durch den Wald nehmen. Jetzt kann ich aber den vollen normalen Weg mir geben und hier ein paar geile Sachen abholen, wie zum Beispiel ein Mischgummi. Genau, denn nur für diesen Mischgummi sind wir gerade hier. Und da oben bin ich niemals hingegangen, da konnte ich niemals hingehen. Mal kurz abchecken, was das überhaupt ist. Nur so ein kleiner, ja okay, gar nicht so klein. Gar nicht so klein. Ah, wir wollen hier gar nicht hin. Ich habe Angst, dass hier vielleicht zu starke Gegner sind. Ich weiß es nicht, weil ich bin ja immer noch alleine und ich möchte jetzt kein großes Risiko eingehen. Und gegen irgendeine Monsterherde kämpfen. Wobei, da könnte auch die Quest sein, ne? Da könnte vielleicht auch oben die Quest sein, die ich vielleicht noch offen habe. Aber das Problem ist, wenn ich die Quest da jetzt hingehe und eine Quest machen will, dann ist die wahrscheinlich die Quest ein bisschen... Alter, der hat ja einen Gewehrhaltsschwanz. Alter, alter, beruhigt euch. Dann habe ich wahrscheinlich ein Problem, weil die Quest wird wahrscheinlich jetzt nicht angepasst, wie zum Beispiel jetzt die ganzen Gegner hier. Die werden jetzt angepasst, dass ich alleine kämpfe. Aber ich bezweifle, dass die Quest auch mir angepasst wird, oder? Dass sich jetzt gerade der Story angepasst wird. Ich bezweifle es. Deshalb lieber nicht. Was bist du eigentlich für einer? Die kennen wir noch gar nicht, ne? Die sind neu. Sind die neu? Die sind, glaube ich, neu. Habicht. Oder? Hatten wir die schon mal gehabt? Wow, 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 wow. Hier, bitte den anvisieren. Gib ihm, gib ihm, Cerberus-Schlag. Gib ihm Schwalbentanz. Zeig dem Habicht, wer hier die Schwalbe ist. Und zwar der Hund, weil ich hab'n Hundeschwanz. Deshalb, ich bin die Schwalbe. Sag, weg mich hier. Alright. Ich habe gerade ein äußerst ekliges Müsli-Frühstück gehabt. Ich habe neues Müsli gekauft und das war gar nicht mal so geil. Wisst ihr wieso? Weil da drin waren Cornflakes drin. Ich hasse Cornflakes, also diese ganz normalen... Es ist gut, dass wir uns aufhören. Better nennen sie es einen Tag. Gute Idee. Wie hast du so ein unglaublicher Künstler geworden? Ich kann sogar Wasser ohne es brennen. Das ist nicht wahr. Das stimmt, das habe ich auch gelernt. Ich bin jetzt zwar kein guter Koch, aber ich werde langsam einer. Ja, ich kann schon ein paar coole Sachen kochen. Und am Anfang dachte ich mir, Alter, ich kann höchstens vielleicht Spiegel einmachen. Aber mittlerweile, wo ich jetzt schon seit fast zwei Jahren... Doch, ja fast. Am 6. Dezember wohne ich schon seit zwei Jahren alleine. Und seit diesen zwei Jahren muss ich ja selbst kochen. Und langsam funktioniert es auch. Langsam bekomme ich das Feeling. Ich kann das auch mitnehmen. So, du sagst, meine Mission ist zu kuchen für Mila Maxwell? Well, in my current state. I can't even do that. I can't make dinner. I can't even make a bed anymore. Don't... Don't worry. I'll do that stuff for you from now on. If you want to buy it, I'll buy it even if you want to buy it and I'll give it to your mouth to mouth. Nicht? Reicht nicht? Hust. Hey. Sit closer. Und wieso muss ich dafür näher kommen? Bitte, take this as a token of my appreciation. Thanks. Das ist süß. Schön, kleines, kleines Päuschen gemacht, weiter geht's, weiter geht's. Ich habe Milas Anhänger erlangt. Ist das irgendwas Besonderes? Also ich meine, im Sinne von, gibt es dafür Statuswerte oder sowas? Oder ist das, ne, das ist einfach nur so ein Schlüsselobjekt, okay. Ja, gut. Dann halt nicht. Hust, räusper. Mein, was ist das mit meiner Stimme, ey? Oh, steckt der da drin? Oder buddelt der nachher etwas? Ist der jetzt alles hängen geblieben, oder? The fuck? Das ist zur Hölle, ey. Der ist ja einfach mal, einfach mal, hast du ne Schwäche? Der ist ja einfach mal voll gegen das Pferd geflogen. What the fuck? Weg mit dir. Fucking Kyla. Jetzt habt ihr kein Pferd mehr. Mila? You okay? Sure, I'm fine. But... Ich trage dich. Ich bin ein großer, starker Mann. Hey. Halt dich. Kann ich jetzt überhaupt kämpfen? Der Jude zeigt, dass er Verantwortung übernehmen kann, ja? Erst muss er sich um ein kleines Mädchen kümmern. Und jetzt kümmert er sich um das große Mädchen. Ja, der Jude, der macht Fortschritte. Was, äh, ähm, das Reich der Frauen angeht. Ah. Ja, Mann. In der Luft. So sieht's aus. So sieht's aus. So sieht's aus. Zack. Kann ich auch in der Luft Kombus einsetzen? Ne, geht nicht. Wahrscheinlich brauche ich dafür Luft Kombus oder sowas. Stirbvogel. Ist fighting the only answer? Ist fighting the only answer? Ja, so sieht's aus, mein Freundchen. Immer wieder. Ich kann's dir nicht oft genug sagen. Aber kämpfen ist das Einzige, was wir haben und das wir können. So. Ilbert, der Dirigent. Fighting alone really makes you realize how fortunate we were to fight by people like Rowan. Hm. I can't agree more. It isn't every day you get to ally with Ilbert the Conductor. What's the reason behind his nickname? They say it's because he gains full control of the battlefield. He once crushed three armies in a single day. The battle was called the Priscilla Miracle. And it helped create the Roshagal we know today. I could tell he was no normal man. But I had no idea that he was such a famous tactician. It was such an incredible honor to fight beside a living legend like that. And how might it feel to fight beside the Lord of Spirits herself? Hm? Did you say something? Nothing. Nothing. Ja, Jude. Bin eben dich. Sie ist etwas größeres hier als, ähm, als Rowan. Auch wenn Rowan eine Legende... Oh, lol. Warte, von hinten erwischt. Auch wenn... Oh, viele? Wieso so viele? Alright. What the fuck? Wuh, haha. Wieso so viele? Hier, friss meinen Schwalbentanz. Oh, da kommt schon wieder so ein Windspeer angeflogen. Ah, ah. Ah. Ich muss auch vorher die Bienen hier töten. So, und jetzt gehen wir rüber zu dem da hinten. Damit er mich hier nicht abfuckt mit seinem komischen Geschossen. Geschossen. Oh, 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 oh. Hört mal auf. Was ist los mit euch? Ah. Demon Fist, Mann. Demon Fist. So. Du bist der Nächste. Komm her. Komm her. Ich treff den nicht. So, jetzt. Schwalbentanz. In dein Gesicht. Cerberus-Schlag. In dein Gesicht. Zack, Alter. Weg dir da. Alright, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Kampfverbündeter. Wenn du einen Feind berührst, um einen Kampf zu beginnen und ein anderer Feind in der Nähe ist, beteiligt sich seine Fraktion ebenfalls am Kampf. Ach so. Ah. Das ergibt natürlich Sinn, warum jetzt so eine riesige Armee hier vor uns stand. Das ergibt tatsächlich irgendwo vorne und hinten Sinn. Ja. So. Trank des Lebens. Nee, das nehme ich gerne mit. Da ist auch noch ein Item. Wildvogel-Ei. Ja, wir sind fast angekommen. Ich habe eigentlich jetzt nicht großartig hier vor, mich aufzuhalten. Ja, weil hier gibt es sowieso nicht so viele Erfahrungspunkte. Die Gegner sind schnell down. Es gibt kaum Erfahrungspunkte. Also das Kämpfe loszieht sich auch nicht so großartig. Wie sehr wunderschön, wenn du mich auf deinem Bein gehst, wie das. Ich kann es nicht helfen, aber zu erinnern, mit Sylph fliegen. Was ist denn da los hier? Hier, Schwalbentanz in dein Gesicht. Komm her, du. Hier auch dein Schwalbentanz. Hör auf zu blocken! Ja. Schaut euch das an, wie viele Erfahrungspunkte ich bekomme. Das würde ich gar nichts machen. Ich könnte auch einfach stumpf gegen die Wand laufen. Würde wahrscheinlich mehr Spaß machen, als anzusehen, wie ich zwei Erfahrungspunkte bekomme. Ah, ist das vielleicht unser neuer Partner? Das ist ja cool. Fuckin' Skype. Mila! Ich weiß nicht, ob das nicht nicht passiert wäre, wenn du dabei wärst. Hey, 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 stopp! Ja, Jude hat grad den ganzen Tag deine ach so verehrte Mila auf den Schultern rumgeschleppt. Ja, also wenn das nicht ein Beweis ist für die Männlichkeit in Person, dann weiß ich auch nicht. Duet? Oh, lol! Du Engelgeimer! Oh, lol! Ich zieh dich so ab, ne? Ich zieh dich so ab, Junge! Ich zieh dich so ab, Junge! Hast du schon mal meinen Schweigdanz gesehen? Ja, guck dir das an! Komm her! Hör auf rumzuschreien! Komm her! Oh, lol! Oh, lol! Oh, lol! Der hat sich hinter mich geportet! Ja, oh! Was der f-k. Ich kann keine Arzt mehr einsetzen! Ich kann keine keine. Ich kann keine Arzt mehr einsetzen! DAS IST GEMEIN! AHHH 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 AHHH! DAS IST GEMEIN! Moment, ähm Objekte. Äh... Ja, Jude. Ähm, wo haben wir das denn hier? Eilelelmittelbrink. krank. Das ist super gemein. Hier. Minden Schwalbentanz. Minden Cerberus-Schlag. Heilen. Stahl. Nein, nein, du sollst heilen, du sollst heilen, du sollst heilen! Weg hier. Heil dich. Ja, 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 komm schon von hinten. nein. Zerberus-Schlag. Äh, Schwalbentanz. Zerberus-Schlag. Nein, nein, weg, weg, weg. Oh ja, ja, das war gut, das war gut. Nein, 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 weg, weg, weg. Ah, es läuft! Mir machst du nichts vor! Perfekt, komm, von hinten. Und? Jetzt ist er down. Er ist down. Komm schon. Nein, 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 nein. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Er wird mich töten. Ich muss, ich muss ausweichen. Jetzt! Ja! Ich war fast down! Wahrscheinlich wäre ich jetzt nicht game over gegangen, wenn ich gestorben wäre. Aber das Duell hat mega Bock gemacht und ich musste meine Ehre verteidigen. Ich hab's geschafft. Das war nice. Pah! Pah! Pretty good. Für ein Phoney. Call me whatever you want. I just wanna help Mila. How many times do I have to tell you? That's my job! Mila! I don't have time for this. You two can duke it out as much as you want. I'm leaving. I'm sorry. If you still aren't satisfied, I'll fight you again later. Right now we need to get moving. Hm. Jetzt kämpfen sie beide um ihre Liebe. I have something very important to give you. It's crucial that no one else gets their hands on it. Consider it as precious as my life. The lives of the four are counting on it. And you're entrusting it to me? I shall defend it to my last breath, Lady Mila. I knew I can count on my Handmaid. Now, return to Nia Cara. What? Your duty is to protect Nia Cara. But Lady Mila! My place is with you! Don't make me repeat myself. Gah! Hurry up and take her. But don't forget who's the real Handmaid! Uh, sure thing. And I promise, I won't rest until Mila walks again. You got that right! Oh man, gut, dann kriegen wir wohl doch nicht, Alva. Ja. Hast du irgendwas zu sagen? Hör mal zu, Schwinder! Wenn Fürstchen Milas Zustand sich auch nur im mindesten verschlechert, mach ich dir den Gah aus, wenn es nur ein Kratzer ist. Hast du mich verstanden? Dann bist du ein toter Mann, selbst wenn sie sich nur erkältet oder ihre Nase läuft oder sie sehkrank wird. Was zur Hölle machst du noch hier? Komm in die Puschen und sieh zu, dass du Fürstchen Mila geheilt wird. Alter, was ist denn los mit dem Jungen? Was ist denn los mit dem Jungen? Ja, aber wir haben ja auf jeden Fall gezeigt, wo er hingehört. Und zwar ganz woanders und nicht hier hin, wo wir gerade sind. Denn dieser Junge ist einfach zu schwach für das Abenteuer, was wir hier durchleben. Sowas brauche ich auch nicht in meinem Team. Deshalb, ja, da ist eine Quest. Ein Giftstachel, da ist es endlich, endlich habe ich ihn. Ich kann euch nicht sagen, wofür ich ihn brauche. Wenn er herauskommt, dass ich ihn brauche, um einen Jungen dazu zu kriegen, mich zu mögen, dann klauen mir alle anderen Mädchen, die ihn auch mögen, meine Idee. Okay, es gibt da so einen Jungen, den du magst, der auf Giftstacheln steht. Komischer Junge. Gut. Hier, noch eine Quest. Das habt ihr gut gemacht, ihr Neulinge. Schade, dass ihr keine Gelegenheit habt, mich in Aktion zu sehen. Aber versprochen ist versprochen. Hier ist der Grund, warum man mich den unglaublichen Kopfgeldjäger nennt. Ja. Weil ich aus einem malerischen, kleinen Dorf stamme, das unglaublich heißt. Das ist scheiße Ernst. Seltsam wie jeder, dem ich jetzt erzähle, die genau gleiche Reaktion hat. Wartet mal. Jetzt, da ich darüber nachdenke, könnte ich schwören, dass ich euch schon mal irgendwo gesehen habe. Naja, egal. Unglaubliche Männer wie ich achten nicht auf die kleinen Details. Hahaha. Oh mein Gott, du bist so lustig. Ja, ich habe eine Fliegerbrille bekommen. What the fuck? Was ist eine Fliegerbrille? Achso, wahrscheinlich diese... Ah, ich weiß schon, was das ist. I know what it is. Wo ist denn die? Da. Ne, das sind doch nicht die. Ich dachte, das ist diese Fliegerbrille von früher. Wenn die Leute früher mit irgendwelchen Flugobjekten geflogen sind. Die so ähnlich aussehen wie Schwimmbrillen. Sowas dachte ich ist das. Und dann hier oben so auf Stirn obendrauf oder sowas. Aber ist es doch nicht. Oh lol, ich habe eine Haarnadel. Eine Haarnadel in Form einer Katze. Süß. Aber das passt nicht zu unserem kleinen Jude, dem Hund. Wenn, dann braucht er eher eine Hundeschnauze. Oh lol, die Sonnenbrille. Jawoll. Jawoll. Guckt euch den an. Jetzt hat er aber seinen Schwanz verloren. Dafür hat er jetzt aber die Sonnenbrille. Ne, die Sonnenbrille ist... Der ist zu seltsam. Der ist zu seltsam. Das ist viel zu seltsam. Ähm. Da. Nimm deinen Hundeschwanz wieder. So. Gut. Dann würde ich sagen, schwimmen wir rüber. Wir haben jetzt nicht großartig mehr in dieser Stadt verloren. Oder? Ich würde sagen wir segeln rüber. Ja. Nach Leronde. Oder wie das auch immer heißt. Ja. Auf jeden Fall zurück nach Ojul. Yay. Auf geht's. Zurück. In die Sicherheit. Äh. Leronde. Ah, wir fahren direkt nach Leronde. Okay, gut. Ich dachte wir haben noch irgendwie so einen Zwischenstopp, wo wir dann noch von dort aus weiterlaufen müssen oder sowas. Aber. Okay. Auf dem geraden Weg zu unserem Ziel. Perfekt. Du hast es. Wir werden bald mit der Präparation fertig sein. Faster! Faster! Lass uns den Schrauben fangen! Los! 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 Ah! Stopp! Ah! You're right. Slower, go slower. What the? Deal over! What the fuck? Entschuldigung für die Klaue, bist du okay? Hi, Leia. Ich bin jetzt zurück. Was? Jude? Huh? Jude? Was machst du hier? Ich bin zurück. Und was machst du hier? W-Well, ich war einfach... Diese Kinder wollten ein Rennen, du see? Und, um... Und dieser kleine Junge hier ist ein wirklicher Speed Demon, so ich hatte ihn mich in die Wettbewerbe zu halten, um alles fair zu machen. Und lass mich sagen, du musst nur die Winner sein, huh? Oh ja, never mind that, Jude. Also, sag ich, wer ist deine Freundin? Ich glaube, dass du diese Freundin kennst. Uh, ja. Sie ist ein altes Freund von mir. Uh, wie kann ich das erzählen? Leia, meet Mila. Hallo, Mila. Hey, was ist mit ihren Legen? Run und gete den Doktor. Stad, diese Frau braucht Hilfe. Right, roger. Are you heading home? Ich komme mit dir. Hier, benutze das. Ich habe gerade echt gedacht, dass das Mädchen, also wirklich körperlich eingeschränkt ist, also, dass sie, ähm, gelähmt ist oder sonst was. Und dann wird sie einfach von den Kindern einfach 100 Meter ins Meer geschossen. Aber gut. Sie war dann doch nicht, ähm, krank. Das war, weil das wäre ziemlich krass gewesen. Ja, aber wir sind jetzt in Leronde angekommen. Wie heißt der Ort hier? Leronde, Insel von Kai und Steinbruch. Wo sind wir denn hier auf der Karte denn überhaupt? Oh, wir sind auf der kleinen Insel. Ah, okay. Also so ein Zwischending zwischen den beiden großen Kontinenten. Okay, nice. Okay. Was gibt es denn hier so schönes? Hey, Leia. Na, sie ist noch nicht im Kampf dabei. Okay, aber ich denke mal, sie wird ein Kampfmitglied sein, weil, äh, man konnte sie auch im Opening, äh, von dem Spiel sehr oft sehen. Deshalb denke ich mal, dass sie auch ein Kampfmitglied sein wird. Jedes Jahr besteht aus vier Jahreszeiten. Wenn sie wechseln, wechselt auch das Geisterklima. Wie heißen die vier Jahreszeiten noch gleich? Das weiß doch jedes Kind. Sie heißen Ifrit, Ragnum, LaSylf und Undis. Fast. Fast. Da hinten, da hinten ist es dunkel. Ah, okay. Dann ist wahrscheinlich da hinten, ähm, eher Raschugal. Und dann da hinten eher Aujul oder sowas, ne? Aujul. Aujul. Wie auch immer. Gut, checken wir mal noch hier das Gasthaus ab. Und wo ist denn das Gasthaus? Ich kann ja, es gibt ja gar kein Gasthaus. Oh, okay. Ich dachte vielleicht Gasthaus, ein bisschen quatschen mit Leuten, aber es gibt gar kein Gasthaus. Alle Minen in Leronde wurden versiegelt. Warum? Naja, weil das Erz, äh, versiegt ist. Natürlich. Warum denn sonst? Aha. Also ist Leronde wohl eine, ähm, ja, bekannt für, äh, für, äh, für ihre, für ihren Minenabbau, Erzabbau, wie auch immer. Und, ähm, ja, wird wohl weniger, wie es ausscheint. Wenn sich die Jahreszeiten ändern, gibt es immer Stürme. Sie werden Zwischenbinde genannt und die besten Seeleute wissen, wie man sich zu Nutzen macht. Okay. Ist denn gerade, sind wir gerade mitten in einem Wechsel drin? Oder wieso wurde das jetzt zweimal schon erwähnt? Früher war Leronde eine lebendige Stadt. Das Meer war voller Schiffe, die mit frisch geschürftem Erz beladen waren. Versteh mich nicht falsch. Es ist eine nette, ruhige Stadt, aber manchmal vermisse ich die gute alte Zeit. Ja, ja. Der gute alte Ruhrpott, als alles voll war mit, äh, äh, irgendwelchen, äh, Leuten, die, äh, unter Mindestlöhnen gearbeitet haben, um Erz abzu, ähm, ja. Das waren Zeiten. Zehn galt. Nice. Ähm, du hast da was zu sagen. Früher konnte man in den Minen von der Leronde Geisterfossilien finden. Ich weiß schon, dass die Vorstellung von Geisterfossilien lächerlich ist, aber es gibt sie wirklich. Vor allem, dass es rot gezeichnet ist, ist es vielleicht ein Hinweis da, da, dass wir vermutlich sowas schon mal finden werden demnächst. Mal gucken. Gut, aber wir sind auf jeden Fall angekommen, äh, da, wo wir hinwollten, in Leronde. Ich freue mich, äh, endlich, äh, bisschen über Dudes Vergangenheit herauszufinden. Und das werden wir vermutlich auch, denn hier in Leronde wohnt, äh, wohnt Judes Eltern und sie werden unter anderem, ähm, Milas Beine heilen und natürlich auch, äh, ein wenig was über Judes, äh, Kindheit erzählen. Hoffe ich doch. Ja. Ich bedanke mich für das Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst bescheiden, wenn ihr es zeigen könnt. Und Charlotte morgen wieder pünktlich um 17 Uhr ein. Oder wann auch immer, seid dabei, wenn ihr, wenn wir die Eltern kennenlernen. Ja. Und, kennen, und herausfinden, wer dieses Mädchen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Mädchen eine Versprochene für Jude ist. Ja. Dass sie schon seit Kindheit an, sich gegenseitig versprochen haben, dass sie sich lieben und heiraten werden, wenn sie erwachsen sind. Und jetzt plötzlich kommt Mila und, äh, diese Lea sieht diese Mila und merkt, dass was zwischen Jude und Mila läuft, jedenfalls von Jude aus, und wird bestimmt mega eifersüchtig. Und wird dann anfangen, Mila zu hassen oder sowas. Oder wird versuchen, von Jude irgendwie besonders cool zu sein. Ja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Gut. Ja. Aber wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Genießt euer Wochenende und bis morgen. Tschüss.